Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. In letzter Zeit sind wir vorwärts gekommen. Wir haben auch viel erreicht. Wir sind jetzt in dieser Kampagne an diese Stelle hier oben. Das werden wir wahrscheinlich dann bald zum Groß kommen. Was ist das Citadels? Die Map ist ein bisschen Citadel Sievers, genau. Ich habe gemerkt noch, dass dieses Pedal, also Archirians Pedals genau das gleiche ist, wie wir hier auch haben. Also die genau gleichen Stats. Und trotzdem möchte ich das jetzt auch mal aufheben. Mal hier rein tun. Und Maro Schatz könnte vielleicht irgendwann mal noch ein Bild werden, aber in nächster Zeit nicht. Weil ich natürlich mich jetzt eher auf diesen Bild konzentrieren möchte. Es könnte wirklich ein Bild sein, der hoch weit kommt, oder? Und außerdem macht er mir mega Spaß. Wenn wir dann sehen. Also es ist wahrscheinlich schon sehr wahrscheinlich, dass der hoch kommt. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass die Defensive irgendwie hoch kommt. Wenn nicht, dann haben wir ein bisschen Problem, oder? Also es gibt jetzt viele Builds, die eigentlich viel, viel schaffen in einer Arena. Aber es gibt noch nicht so viele Builds, die auch leicht sind, oder die auch schon machbar sind, ohne dass man bestimmte Sets oder gute Rares hat. Wenn wir dann sehen. Aber auf jeden Fall macht es Spass, einfach auszuprobieren und das Game ist wirklich so richtig gut zum Ausprobieren. Na ja, schlicht, wenn es nicht so wäre. Gut. Ja, dankeschön, dass ihr so toll zuschaut. Ich habe aber gemerkt, ja, wenn ich jetzt allzu viele Parts mache, dann schauen viele nicht mehr zu. Ist klar, nicht alle haben immer so viel Zeit. Aber ich würde gerne eher halt mehr Parts machen, dass wir ein bisschen vorwärts kommen, als jetzt auf die Alkohol zuzuschauen. Ähm, da jetzt ja sowieso bald dann geht ja Rollerplay-Server aufgelbt von mir, werde ich da sowieso ein bisschen auch mehr Zuschauer bekommen und schaue, dass ich da einfach, ja nicht allzu viel, aber schon recht gut, ähm, ja, Last-Hepoch natürlich weitermachen. Und halt auch, so läuft der da drüben hin. Ok. Müssen denen immer folgen. Das sind die Real Watches, wahrscheinlich. Das ist Merkel, diese, ähm, so mobile Gegner habe ich eigentlich noch nie richtig gehabt in einem Action-Long-Spiel. So, schlecht. Wir müssen nehmen meine Pfütze. Die sind hart und sind irgendwie süßer. Die könnten in einer Arena und so echt stark werden. So, wir müssen einfach mal warten oder auf die andere Seite gehen. Ja, da kommt wieder einer, scheinbar. Ja. Ok. Die kommen also immer wieder, die gehen im, gegen Uhrzeigers, also gegen den Uhrzeigersinn. Da durch, aber wir folgen trotzdem den mal, gehen wir mal hier hoch. Vielleicht treffen wir ihn ja dann wieder. Also, ich bin einfach froh, dass ich ein bisschen weiterkomme auf YouTube, weil es ist langsam wirklich zu schwer geworden, ohne Werbung, ohne wirklich aktive Community, sagen wir mal, groß zu werden. Das Welt hat immer an Zuspruch, an, ja, an Werbung voran. Das, ja, Leute auch viel mit mir, äh, kommentieren wollen oder so. Aber das Discord-Netzwerk geht aber auch noch nicht so vorwärts. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne ein bisschen ins Netzwerk kommen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Um dort, ähm, ja, ein bisschen mit mir zu klauen und ein paar Tipps abzuholen, wenn ihr das Spiel auch spielt oder mir ein paar Tipps geben könntet. Oder halt auch ein bisschen helfen könntet beim Server von GTA, also Rollerplay-Server. Oder halt bei Games, wo man halt auch ein Multiplay spielen kann. Kommt der jetzt hier nach oben? Ja, der kommt, der geht unten durch. Wir müssen nach unten abfangen. Die sind relativ schnell. Okay. Weil eigentlich möchte ich ja nicht, dass ich, ja, so extrem gut überall bin. Also, machen wir jetzt nicht so viel Mega-Mühe, weil es ja nicht um den ganzen, mein Haupt, äh, Tagesablauf, also, ja. Deshalb weniger mein Job, sondern mehr mein Hobby. Und Leute mit Hobby, also, die ein Hobby, ähm, Let's-Players Hobby machen, die haben einfach keinen Erfolg, weil sie keine Werbung machen. Und, ja, jetzt auch nicht so extrem viel Geld investieren könnten und so weiter. Und deshalb bin ich schon froh, wenn es einfach mal ein bisschen vorwärts kommen könnte von irgendwelchen aktiveren Leute. Damit ich nicht immer so richtig unten herum gammle. Also, nach 12, 13 Jahren macht's halt auch wieder weniger Spaß. Ja, man hat schon mehr Freude, wenn's dann immer wieder ein bisschen weiter geht, aber immer noch knapp und langsam. Das ist ein bisschen langweilig. Also, das ist schon echt langweilig. Nicht so, wie ihr denkt jetzt wahrscheinlich. Ja, dann muss ja halt irgendwie Werbung machen und so. Und das bin ich nicht. Mit Live-Streams sowieso, jetzt geht alles besser. Jetzt werde ich dann einen zweiten Bildschirm haben, ein Mikrofon haben und noch eine bessere Grafikkarte. Die Grafikkarte habe ich schon längere Zeit, aber die ist sowas und groß. Die kam in mein Pace rein. Ich hoffe, es geht trotzdem. Also, dass ich halt einfach ein bisschen Expertenhilfe brauche. Brauche also, ja, brauche ich einfach Expertenhilfe. So, halt. Ja, das Problem ist, in diesen Zonen kommen immer wieder Monster von jeder Richtung. Das ist einfach so ein Kritikpunkt an Last Epoch, dass die Monster immer zu spät irgendwie auftauchen. Ich habe immer so das Gefühl, dann komme ich wieder in einen Sack. Also, zu viele Gegner auf einmal, wenn ich dann wieder zu schwach bin. Und ich verpasse irgendwas, wenn ich nur wieder von einer Seite Monster kommen. Das habe ich nicht gerne in Action-Runde spielen. Sollten sie entweder wegmachen und einfach, ja, die Sichtweite der Monster und vor allem auch die Beschwörungen mega reduzieren. Das ist einer der Hartkritikpunkte, die, finde ich, ich schon immer habe. Jetzt wollen sie ja, also sie wollen nicht, aber die Fans wollen, dass die Meta der Glancing Blow und Resistenzen ein bisschen gesenkt wird. Ah ja, und der Ausweichung, genau. Dass das alles ein bisschen gesenkt wird. Doll. Okay. Nice. Gehen wir eine Brücke hoch. Ich wusste, dass es so vor Gegner kommt. Jetzt muss man auch ein bisschen schauen, dass ich gut reden kann. Dass ich manchmal trinken muss. Ja, ist ja blöde, wenn man halt, wenn man wieder trockene Luft hat, hier im Zimmer. Ja, ich könnte wirklich mal langsam ein bisschen Luxus gebrauchen. Für halt so gute Aufnahmen und alles würde ich schon gerne das haben. Aber da muss ich halt wieder ein bisschen sparen, sparen, sparen. Naja, andere bekommen Millionen höher Spenden und ich kann halt gar nichts an Spenden. Es ist halt so Unfairigkeiten gibt es überall im Leben. Überall ist das Leben unfern. Gott ist der Fall. Die Leute, die wie ich wenig haben, sind glücklich darüber, dass sie immerhin ein paar Sachen haben. Und es gibt dann Leute, die extrem viele Sachen haben, aber unglücklich sind. Oder sich viele Sachen besorgen können. Und das ist halt... So sind halt die Menschen, sie können nicht ausgeglichen leben. Es kann kein richtig reicher Mensch noch extremst normal leben. So, er muss immer irgendwas haben, wo er Geld ausgibt oder so. Das ist einfach. Ein Mensch kann nicht einfach sagen, ja er gibt alles Geld wirklich für andere Leute aus. In der Natur. Ähm, das Schützen und so. Meistens... Der Großteil geht meistens immer noch zu jemandem, der halt das Geld verdient. Und nicht so jemand anders. Und jetzt wieder dieses Shit. Ist ja eigentlich nett. Bei 50% less Fire-Speed-Duration ist eigentlich schneller, das macht die Spells, die Zauber, schneller ausführbar. Aber jetzt zum Beispiel... Also sagen wir jetzt mal, zum Beispiel... Diesen... Feuerstrudel da... Ähm, hier heisst er schon wieder. Feuer Nova. Ne. Feuerwirbel oder so. Der hat eine recht lange Zeit. Der geht viel schneller dann, weil er nur 50% so viel Ausführungszeit hat. Also... Zauber-Sichtbarkeitszeit. Und dann gibt es... Ähm... Space, die jetzt auf Dauer sind. Zum Beispiel Feuerschied. Das wird reduziert. Dann müsst ihr das öfters nachkasseln. Denk ich mal. Also es ist schon ziemlich... Ähm... Ja... Positiv und negativ. Das ist einfach immer die Dauer. Und das mag ich nicht so in diesem Spiel. Bei einem Puff of Excel habe ich immer wieder bemerkt... Ja... Es ist einfach... Entweder nutzlos... Oder halt nervig, wenn man einfach abhängig von einem Item ist oder so. Das sollten in Games eigentlich nicht so sein. Ein Profi-Mage in einem MMO-PG, so zum Beispiel... Extrem schnell... Ja... Zaubergeschwindigkeit hat... Sollte ja eigentlich nicht sein. Das ist bei Puff of Excel halt auch dann das Problem, dass alles zu schnell ist. Ja... Und... Ähm... Das hat einfach Puff of Excel nicht so gut gemacht. Also ich habe ja momentan ein Bild... Ähm... Am laufen... Der einfach die Totems... Also ein Totembeet... Der Frostpulse Totem... Und... Ja... Da sieht man schon, wie schnell der Zauber eigentlich werden kann. Also das ist extrem schnell. Ja... Nur ich hätte da lieber... Äh... Etwas, was... Ja... Die Macht des Zaubers auch wieder zeigt. Wenn ein Zauber zu schnell ist... Dann sieht man einfach die Macht des Zaubers gar nicht mehr. Dass der Zauber einfach... Psch... Weg! Oder? Und dann sieht man gar nicht mehr, wie mächtig der Zauber eigentlich ist. Im Low-Level ist eigentlich... Frostpulse... Megagut. Im Endgame sieht das einfach so aus, als wäre das nicht gut so. Also ein Boss... Für unseren... Necromans... Necromans... Ah... Es ist eine Falle! Flieh her! Ne... Ja... Es ist eine Falle! Aber jemand sich gegen den Emperor... Gegen den... Keiser... Auflehn... Auflehn... Da oben ist der, soll zu sein... Ein Bruch... Kommt wieder! Okay... Wir bekommen einfach die alten Bossen wieder... Habe ich... Habe ich... Bedacht... Oh... Ich bin voll in den Naser an der... Laufen... Wir haben sehr viel Leben... Wir haben sehr viel Leben... Und sie sind alle tot... Okay... Sie sind beide tot... Und jetzt kommt... Kommt... Ah... Die Morde war... Ahja... Die Spinner in die Morde... Hahahaha... Also der Akt 1... End... Ekel Boss... Na der Akt... 2... Einfach der der Schatten Tempel dann war... Witt Tempel... Und der... Akt 3... Der Akt 2... Also... So... Jetzt muss ich mal mit ihm reden... Also... Mit ihr reden... Julia... Okay... Sie ist wahrscheinlich mit mir... Du bist nicht der... Selbe Reisende... Wer bist denn du? Wer bist du sonst? Ja... Wir müssen den Epoch verwenden... Also wahrscheinlich... Vergangenheit... Ja... Denke schon... Aber wir schauen uns noch ein bisschen um... Es könnte ja sein, dass irgendwas hier ist... Nö... Ja, dann gehen wir nicht nix... Dann gehen wir schon weiter... Wohin denn? Wahrscheinlich wieder in die Uralt... Also die zweite Zeit... Von links... Weil wir dort in einen neuen Akt kommen... Sozusagen... Oder? Interessant... Ein passiver Punkt wieder... Das ist immer sehr wichtig... So... Jetzt sind wir in dieser Halle nochmals... In... Schön... Nach nichts zu sterben... Ähm... Wir haben ja jetzt... Diesen zwei geschalten... Jetzt müssen wir... Da hin und dann da hin... Okay... Also ist hier irgendwas... Ist auch irgendwas... Ich denke sie machen das nicht so unfair... Dass da manche die sich... Die erkunden... Schätze finden und andere nicht... Also... Ich hoffe es jedenfalls... Wir gehen da... Trotzdem noch kurze Sekunden... Wir sind ja schnell mit Transplant... Wir müssen nur Transplanter... Wir müssen öfters einsetzen... Aber eben wenn... Bosse da sind und so... Dann ist halt nicht so gut... Transplant anzusetzen... Auf normale Gegner... Können wir uns Vieh schaden machen... Okay... Jetzt sind diese... Diese... Greifen... Gut... Haben diese starke Minions... Wenn man das nicht sieht... Wegen der großen... Schmelze... Irgendwas... Wieso... Macht ein... Ein Schmelze... Was mit dem Drohnen... Äh... Man... Genau... Mir nennen sie die Strohdom... Aber gut... Wieso ist es eigentlich in Games... So schwer... Eine KI zu machen... Okay... Als Robot Designer... Ist es ja zum Beispiel... Auch schwer... Aber... Wieso machen... Viele Entwickler nicht... Gute KI... In den Games... Aus welchen Gründen? Aus Cygrün... Aber... Wieso... Ähm... Ist meistens die KI... Dann so mega schlecht... Äh... Dass die KI zum Beispiel... Nicht weiss... Dass sie gegen eine Mauer schiessen... Und der Gegner hinten dran ist... Und so... Wenigstens das... Könnten wir sie doch vergessen machen... Oder? Findet ihr ja nicht... Auch... Dass die KI... Immer viel zu schlecht ist... Zum Beispiel... Bei Skyrim... Ist ja vieles... Als... Wichtiger Bestandteil... Die KI... Ein wichtiger Bestandteil... Wieso... Kloppen dann die Gegner... Äh... Die... Die... Die Mitspiel... Also... Die Mitspiel... Also... Immer noch so langweilig... Gegen irgendwelche... Gegner... Wo sie keine... Chance haben... Und sonst irgendwas... In einem... Rundspiel... Erwartet man natürlich... Ein bisschen mehr... Oh... Ich hab gedacht... Ich hab halt auch getrinkt... So... Ähm... Reflected... Und... Ja... Nur für uns... Creditschance... Schade... Wir gehen jetzt mal zuerst hier... Oh... Dies... Heiß nichts... Hm... Die Gegner sind... Eindeutig schwer geworden... Ja... Jetzt sind wir hier... Also das kommt zuerst... Und jetzt das... Okay... Dann kommt hoffentlich der End-Boss... Also hoffentlich nicht... Ich finde ihn jetzt nicht so interessant... Das Gegner... Als Boss... Aber eventuell kommt der... Als... End-Boss... Und dann geht halt der Akt einfach... Also... Geht die Geschichte einfach nicht weit... Aber am Schluss wird wahrscheinlich... Dieses... Diese Skelett... Also... Lord... Skelett... Dann... Ähm... Der End-Boss sein... Oder doch nicht der End-Boss... Wir gehen mit diesen Twists... Dann ist aber sicher etwas anderes... Oh... Ja... Das Teil... Hallo... Wieso kann man das nicht anständig auslachen? Das ist meine Mitteilung... Dass ich eigentlich Sport machen möchte... Aber ich habe mich jetzt... Dem entschieden... Damit die Folge noch... Rechtzeitig heute kommen kann... Ob das so nervig ist... Wieso... Ist... Handy... So kacke... Ihr seid... Als Handys... Vor allem... Ähm... Die... Äh... Guten... Sagen wir... Guten... Handy-Designs... Also... Entwickler... Die haben so Probleme mit solchen... Eingabe... Schlechten Eingabe-Möglichkeiten... Wenn man einen Wecker hat... Dann muss man doch eine grosse Taste haben... Dass der Wecker endlich weg geht... Aber scheinbar muss man da ständig... Mega... Klein... Und winzig... Dann den Anschaltknopf... Äh... Suchen... Also den Anschalten... Äh... Ja... Dort wo halt im Touchscreen... Genau dort zum Anschalten ist... Das muss man schon... Suchen... Man hat ja das Handy... Nicht sofort vor dem Kopf... Ah... Das ist so... Dann... Und ich schalte halt sehr gerne... Timer ein... Damit ich einfach auch... Ein bisschen... Nicht allzu viel Zeit... In irgendwas investiere... Oder halt auch... Weiß... Okay... Jetzt muss ich aber wirklich dringend etwas machen... Und... Es ist einfach der Timer... Oder... Er weckt mich ja nie... Es ist ein Timer... Für mich ist es immer nur ein Wecker... Nein... Also... Manche Gegner sind ein bisschen schwer wegen dem... Anspringen... Aber andere Gegner sind einfach zu wenig zäh... Somit sagen können... Ja... Sie sind stark... Aber wie seht... Es haben immer wieder... Monster... Alte... Vorgehensweisen drin... An den Akten... Vorherigen Akten... Sie haben also sehr viel recycelt... Ach... Die große haben sie immer wieder recycelt... Vorhin... Zwei... Ja... Kann man sagen was man will... Aber ich denke es hat einfach gut gemacht... Und entwickelt... Dass sie nicht so viel einbauen mussten... Wieder... Ich hoffe dann... Der nächste Akte kommt bald... Ich denke es wird jetzt nicht mehr so lange gehen... Bis die... Bis diese Akte fertig ist... Ich hoffe dennoch... Recht gross... Man ist den Gebieten halt einfach viel zu schnell durch... Ja... Sind aber auch ungefähr... Sieben... Stück... Sieben Maps sicher... Jetzt muss ich auch kurz schauen... 22... Ok... Dann machen wir da... Bis... 45... Das ist... 59... Also... 10 und 45... Ok... Die Zeit vergeht... Die Zeit vergeht... Ok... Hättet ihr auch viel mehr Lust und Zeit zu... Also viel mehr Zeit... Und dann auch viel mehr Lust zu zocken... Ich finde je mehr Zeit ich zu zocken habe... desto mehr Lust habe ich ja... Viele Menschen aber... Merke ich immer wieder... Sie haben... Relativ schnell... Kein Bock mehr von gehen... Ich habe eigentlich immer Bock auf Last Epoch... Nur... Manchmal muss ich mich natürlich ein bisschen mehr... Konzentrieren... Sondern habe ich wieder ein bisschen weniger Bock... Aufgrund der Konzentration... Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich habe sehr wenig Zeit dazu zu... Weil ich viel zu viele Sachen mache... Wie zum Beispiel Training... Kommentare beantworten... selber weiterentwickeln... Und Last Epoch Grinden machen... Das ist leider so... Sind wir hier in einem gleichen Gebiet... Nein, wir sind nicht in einem gleichen Gebiet... Wo ich schon mal war... Aber es erinnert mich irgendwie an den Anfang des Spiels... Aber der ist links unten... Und das ist... Dieses Gebiss rechts oben... Oder da wurde die Welt gedreht... Vielleicht wurde die Welt gedreht... Ja... Kann jemand mal die Erde drehen... Damit wir... Es momentan wieder ein bisschen kühler haben... Oder es ist ein bisschen zu heiss geworden... Einfach mal... Ja... Im Süden mit dem Norden... Drehen... Damit wir wieder ein bisschen... Kühler haben... So... So wie es wieder Herbst hat... Ne... Wir wollen ja auch den Sommer noch haben... Außer ja geil... Wenn wir immer... So ungefähr Frühling essen... Aber... Das heisst auch wieder... Dass die Welt hat dann wieder... Ein bisschen überfordert... Lass... Es hat einfach... Gehört dazu... Immer wieder Winter zu haben... Immer wieder Sommer zu haben... Es ist einfach zu heiss... Und zu kalt... Der Winter ist zu kalt... Aber... Ähm... Ist auch irgendwie schön... Also... Wenn es halt einfach ein bisschen gemütlicher wäre... Das Wetter... Dass man... Nicht immer so mega Temperaturunterschiede hat... So... Wir haben ja gesagt... Wir machen als letztes den Bohnen Golem... Müssen wir ja... Okay... Aber auch wieder die alte Skillung... Es gibt leider nur eine Skillung, die wirklich sehr gut ist... Und die ist Blutgolem... Oder? Also eigentlich ist ja der... Ähm... Spektralgolem unten rechts vom Tree... Eigentlich auch gut... Nur... Ja... Der hält halt nicht viel aus... Er weicht nur gut aus... Das ist nicht für jeden Bild... Ja sicher! Sofort explodiert! Aha... Schon wieder ein broken Gegner... Dankeschön... Und diese broken Gegner... Wie... Wie ist das denn denn überhaupt gekommen? Ich war ja noch nicht... Äh... Ich hab... Okay... Ich hab doch erst grad geschaut... Es sind keine Gegner da... Und dann sind plötzlich so viele... Gegner... Starke Gegner da gewesen... Hm... Ja... Und aus der Poch kann schon sehr unfair sein... Diese Tote sind aber auch immer dann... Wenn ich nicht aufpassen kann... Denkt ihr... Ich... Ich... Ich tue es kein wenn ich das unten links sehe... Nein... Ich warte extra einige Zeit... Und dann ist er... Ja... Schaue... Ja... Es ist safe... Dann skille ich... Aber dann sind dann wieder Gegner kommen... Und dann Boss... Diese goldenen Gegner sind halt einfach immer wieder zu stark... Das nervt... Extremst... Und dann scheiße... Ja... Die sind heftig zu stark... Sieht man... Viel zu viele Effekte... Viel zu grosse AOE... Und... Ja... Die 1 hätten schon fast... Ja... Genau... Noch ein 3... Äh... Ich hab jetzt das Gefühl... Die haben das noch nicht voll massiert... Hahaha... Dieser Akt ist noch zu neu... Der wurde noch nicht so gut... Voll massiert... Ja... Die Gegner haben sich in Diablo 3 auch gehasst... Die so mega langsame Zauber hatten... Ah ja... Ein paar Verfexer vor allem... Ein paar Verfexer... Ist ja dieser Solaris Temple im 8. Akt... Und dort gibt es immer wieder... Ähm... Ja... Gegner die einfach one-hitten... Also nicht one-hitten... Aber... Sehr viel Schaden drücken... Weil sie so langsame Zauber haben... Und läuft weiter und bekommt noch sehr viel Schaden... Und ja... Das ist natürlich nicht der Messator... Ah... Diese... Hirsch... Das ist glaube ich... Eine der Götter... Ich hoffe, es sieht etwas... Ah... Stark, stark... Das ist auch eine der Götter... Das ist glaube ich... Der... Ost... Nein... Das ist der... Das ist der... 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 Ja... Immer... Es passiert immer... Ja genau... Er hält ab... Seit wann hauen böse Leute... Ja gut... Vielleicht merken sie... Okay, sie haben doch keine Chance... Aber eben... Das Eis... Oder diese... Das Schutzschild... Kaputt gemacht... Aber irgendwie... Es ist ein bisschen... Ja... Hat einfach diese Fehlmemes... Nachgemacht... Bist es wirklich du? Ja... Ich bin es... Ich bin der oberste Gott... Meine Schätze... Hat das Götter... Zu einem sagen... Ist es das du? Bier... Okay... Bestell ich jetzt nicht... Okay... Aber Bier ist ja Bär... Und Bier... Ist Bier... Wie ist sie eigentlich... Gut kenn ich... Also... Nee, die hab ich noch nie getroffen... Oder? Ja... Ich bin... Die Anführerin... Von einem grossen... Volk... Von Hepporia... Okay... Wir haben sehr viel zu... Wir haben sehr viel zu... Ja... Jetzt sind wir wieder... In einem neuen Dorf... Ja... Schon... Okay... Gehen wir noch nicht hin... Hm... Sieht eigentlich sehr schön aus... Ich messe immer am Spiel... Ich messe nicht mit anderen Spielen... Eigentlich immer so die Grafik... Für das Spiel ist die Grafik eigentlich ziemlich gut... Ja... Ja... Das Design ist sehr... Ja... 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 Diese Cooldown-Items muss ich halt auch irgendwo mal... Aufsparen... Ja... Wir brauchen halt viele items... Nehmen wir aber nicht rein... Also machen wir einfach weiter... So... Und jetzt ist 46... Der Part ist leider zu Ende... 30... 25... Okay... Im nächsten Part geht's weiter... Dankeschön fürs Zusehen... War ein interessanter Part... Jo... Also viel Spass... Und... Jo... Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit... Bis zum nächsten Mal vielleicht... Tschüss...